Und ab ins Loch. Könnt ihr mal bitte abbremsen, damit ich euch wieder einholen kann? Nö. Um zu fahren, ist langweilig. Alter! Shino! Was denn? Der Spon schon wieder einfach nur sofort. Verschwinde! Hallöchen liebe Minutaten, hallöchen liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online. Wieder mal eine Runde Cutting Stunts. Mit dabei, der Crazy. Let's rock. Der Hemi. Hallöchen, Puppechen. Und last but not least, Shino. Hallöchen. Drei, zwei, eins, go. Cool Start, Shino, heute ist früh gestartet. Ich dachte, der auch. Boah, der leckt sich aber auch ein zu rechts. Bei mir auch, ja. Alter, finde. Wah! Legging. Oh, komm! So schau, Alter! Alter! Aber haben wir Sponchino vor mir! Was? Na toll, du bist schon wieder ein letzter. Alter, wir haben uns wieder ein letzter. Ich bin echt ein Abpiel. Alter, wie das du weckt! Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich bin gerade ganz vorne irgendwo. Alter! Oh, shit. Jetzt ist Shino komplett weg. Hast du das Sprung noch schaffe? Ja, ich bin ganz weit vorne. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Oh, man. Oh! Ich bin frei. Oh! Das war's. Ja, nee, ja, schon klar. Oh, ho, ho, ho. Du musst das auch mit den Lupings irgendwie ein bisschen rausfinden, wie das geht. Äh, Eko, du backst bei mir seit dem Wasser rum. Ja, du backst bei mir seit dem Wasser rum. Du backst generell rum, Alter. Deine Internetverbindung ist auch scheiße. Und ab ins Lauf. Könnt ihr mal bitte abbremsen, damit ich euch wieder einholen kann? Nö. Und fand es langweilig. Alter! Shino! Was denn? Der Spawn schon wieder einfach nur sofort. Verschwinde! Miau. Oh, sauber in die Eko rein und wieder raus. Mal gucken, ob ich alles noch eingeholt bekomme. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt als es hättest du mich an. Ich kann mir wohl sagen, nicht crazy, ich weiß es gar nicht. Ich bin nur da. Aha. Das war's. Das war's du. Oh, ich bin erst da. Uah. Ja, ich seh euch ja schon. Ich bin nur da. Ich war da. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wasser. Oh fuck. Perfekt, perfekt rausgekommen. Juhu. Das ist ja. Ja, genau, ich hab 15 hier vorhin gekommen. Achso, in meiner Aufnahme sehen Sie auf jeden Fall wunderschöne und zierliche Kurvenpassagen, wie ich auch noch richtig schön feile. Stimmt ja, das hab ich vergessen zu sagen, Leute. Ab jetzt nimmt Helmy auch mit, äh, auch mit auf, so. Ähm, wenn ihr so seine Sicht sehen wollt, geht auf seinem Channel vorbei. Link in der Videobeschreibung unten. Huiiii. Genau das. Ähm, Amy, wo bist du bei mir? Bei mir ist sogar auch noch Echo mit drin, und das bedeutet, falls ihr meine Aufnahme mal sehen solltet, Echo, Chino und so weiter. Ich hab auch Polchino's, euer Kanal, hab ich glaub ich noch gar nicht verlinkt. Muss ich auch noch nachholen. Ne, kommt in der Videobeschreibung. Ne, ne, ne! Äh, ne! Das ist wichtig. Hä? GDPRroid. From the Imagination to the sabes, es solltet man am Anfang überall ein bisschen abbremeln. Aber ich finde man das ganz cool mit den halben Elementen. vor mir so wir fahren jetzt einfach mal perfekt ich habe keine ahnung ich habe mir beginnt nach hinter der aufnahme gerne 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 so weiter geht so weiter außen man auf dieser komischen röhre ist umso schneller wird man da muss man echt aufpassen echt ja wenn man außen an der also nicht oben oder so sondern immer an diesen 90 grad winkeln wenn man da in den kurven lang fährt bekommt man unheimlich viel speed und jetzt stoppt mal bitte ich will euch wieder einholen können ich bin gerade erst das ziel gefahren also du bist hinter mir ich muss nicht mal erst mal aufgeben ich muss ihn auf muss aber bald wenn das mit dem dass hier kein gta ist es war schweiße neun 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 W58 Oh shit! Hast du am Smart begangen! Haha! Ich bin doch blöd ey! Ja ist doof, ne? O nein, ne warte! Warte, 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 warte! Nein! Scheiße war in Gang hier! Fuck! Heeeee! Warum muss das jetzt kommen? Ja man, ruhig, komm, jetzt hab ich ihn so super eingeholt. Ähm, bei mir ist jemand reingesprungen. Huaha! Huiii! Platsch! Und Slalom, einmal nach links, einmal nach rechts. Wir hatten noch nicht mehr Willen, nochmal! Ich nicht. Huiii! Jaha! Und nochmal in ein Looping rein. Mittlerweile bekomm ich das mit dem Looping richtig gut hin. Ich muss aber nur noch rausfahren, nicht linken. Na, ein bisschen nach rechts linken muss man schon. Ui. Äh, dritter, zweiter, dritter. Und... Fünf! Vier! Vier! Zwei! Huaa! Uuuu! Uu! Uh. Uh. Wart bitte nicht ins Ziel! Das musst du crazy sagen? Der Chino ist gereckt hinter mir! Ja, und? Änh... Was, ich will genau ... direkt hinter... Och, lol. Alter, Chino leckt hier sich einem ab, das ist nicht immer feierlich. Wiee? Bei mir war das genauso. Hör auf den Server zu lecken, Alter. Also ich fahr mal im Ceeber. Ach, deswegen gab's grad eben sowas. Da ist ja auch unter was. Ach so. Ich sag nur eines, selbst wenn ich dir solche Probleme habe, macht weiter dort doch besser als Helm. Boah. Oh 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 oh. Lass dir mal in das Hand putz dich. Ja mit dem Motorbock. Sieht schön aus. Ja alles klar. Hey. Die Lacks waren geil. und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten map diesmal geschickt eingefädelt oder wie bei samstagnacht es heißen würde gefickt eingeschädelt was also jetzt geht's aber nur bei dir wir haben hier nicht nur unsere vier weh immer sondern wir haben hier noch weitere mitspieler die sich so random eingefunden haben und ich würde mal sagen los geht's ich bin erster also das ist ganz genau das erste der der in der ersten linie wird immer der schlechteste der voraus im übrigen es sind mal ein paar mehr leute da als nur wie vier ja lol 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 was vollgeschwulstarter alter wir machen das chino was denn also musst du durchstartest bevor der zähler überhaupt auf 1 war bei mir steht auf 1 und so und dann bin ich einfach durchgefahren lol ja wir müssen den leuten einfach weggehen gehen wir haben die zoomer du ich bin erster ja weil du früh gestanden bist wieder ich bin rechtfertigt ich bin schon wieder letzter es kann doch nicht sein aber ich schaue jetzt mindestens mal ein paar Leute auf ja ich bin simter hallo crazy ja das ist auch so ja scheiße ich denke hier aber noch riesig ab boah 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 alter diese rinne ist ja nicht normal das ist geil das ist geil das ist geil alter das ist geil der kofi hat auch was mitzureden boah die strecke habe ich schon beim keff gesehen na komm schon den will ich noch einholen wow nein ich bin doch genau in die mittel gefahren einer kam halt schon läuft ja zumindest nicht letzter bleiben wir noch hinter euch aber nicht letzter ups vierter das ist doch nicht wahr sein chino wo bist du äh ich bin irgendwo vorne erster ui irgendwo vorne ja der lecker ja der kriegst natürlich wieder gebacken ganz nach vorne zu fahren oh shit 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 boah chino brems mal ein bisschen nö nö ich bin nö nö einfach nö oh scheiße oh echo ist genau vor mir jetzt ha ha da wer dran ach stecker ich posten ich sein posten alter also dann diese maps machen sowas von affengeil spaß oh ja oh zweite runde ich war so gut hinter schien und hinterher und dann verpasse ich die Einfahrt neuuu ich war doch grad vorbei ihr säcke neuuu man darf nicht durch die Mittel fahren boah nein wussten wir schon vorher neuuu wenn ich nicht chino einhaugen kann dann will ich wenigstens Zweiter werden damit hab ich keine probleme damit hab ich keine probleme dann will ich weiter werden so lange ihr den anderen hinter mir fällt es selbst nicht na komm schon ich will euch auch noch einholen können komm schon ich hasse motorräder no wo ich auch noch vorgegeben waren aber ich bin froh dass dieses runterfallen nicht aktiviert ist obwohl das auch irgendwie scheiße ist ooo wie der typ vorher nicht mehr feierl jawoll das sind im niedrigen geworben haha ein tiefen verwirwen nein 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 oh ł scheiße er hat sich den Tumpf pandem empfohlen du elender lecker du ihnste ich bin froh muuuu siehst du das sind wieder Jiga ich sehe dich und wieder links und rechts und geradeaus mann Cino brems mal du hast du auch nicht warum sollte ich denn bremzen? ich bin erst doch ich kriege meinen Platz hier zu unruhig bist du erster er hat den vierten Platz verteidigt scheiße 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 der Trottel hat mich jetzt eingeholt ich glaub es ja aber er hat einen Fehler gemacht er ist da nein alter scheiße war das knapp ausfahrt nicht gekriegt ne jetzt das ist nicht wahr das ist jetzt echt nicht wahr ja er ist steck geblieben wieder ja vierter jawoll ich hab meinen vierten Platz verteidigen können scheiße ich wollte leider noch auf dich gucken da noch nicht ganz ich bin siebter das sagt doch schon alles dass du das schlechteste aber du hast noch viel zu lernen wie eine Pader war wie der bugt hier nein schon klar schon klar nein ich will nicht achter sein ha wir sind noch reingekommen die die jetzt momentan letzte sind es sind immer die die sich gegenseitig rum crashen man siehts einfach sich nicht sie können einfach nicht selber fahren folge 532 er ist letzter was ist das ja es ist unglaublich alles klar aber ein spannendes rennen leute oh ja oh völlig nicht so dreitausende man bekommen das ist wahnsinn 7000 ja es ist 46 äh 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 du hast das super gemacht die ganze Zeit alles klar leute wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wenn es euch gefallen hat ein Däufchen nach oben wäre schlecht wenn ihr noch mehr sehen wollt da hat einer einen Daumen runter den Vorzicht wenn ihr noch mehr sehen wollt ihr wisst ihr wo der Abo button ist einfach drauf drücken ich würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns dann bei mir auch abonnieren ich würde mich sehr mega darüber freuen stimmt links in der Videobeschreibung unten zu Helmis Kanal genauso wie zu Chinos und Crazys Instagrams ja und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Ciao Tausend